I'm Hone, 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 So Hone, I'm Hone, 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 I'm Hone. Herzlich Willkommen und Herr Reinspazieret heute vor einem etwas anderem Hintergrund, was uns aber nicht daran hindern soll, wie gewohnt und wie bisher weiterzumachen. Also ein neuer Beitrag, denn ein Torhüter weg und der nächste ist da. Und das habt ihr ja schon längst mitbekommen, der VfL hat Timo Horn unter Vertrag genommen, wechselt hier zu uns ablösefrei und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag. Und vor dem Hintergrund finden wir uns natürlich einmal mehr hier ein, um zumindest mal ein paar Sätze zu diesem Transfer und zum Spieler mal loszuwerden. Denn ich denke, das Interessanteste an diesem Transfer ist eigentlich doch die Tatsache gewesen, dass irgendwo aus dieser Transfer-Meldung aus hervorgegangen ist, dass wir mit Patrick Drewes eigentlich als planmäßige Nummer 1 oder etatmäßige Nummer 1 in die Saison gehen wollen, so wie das jetzt gegenwärtig aussieht. Und dass Timo Horn hier als Nr. 2 verpflichtet wurde. Und ja, vor dem Hintergrund direkt meine persönliche Meinung, eine absolut solide Nummer. Ja, da kannst du ja nicht vieles mit verkehrt machen, wenn wir also sagen, dass wir mit Patrick Drewes als Nr. 1 in die Saison gehen. Und du hast an einen Timo Horn als Backup auf der Bank sitzen. Jemand, der nahezu sein ganzes Leben fast beim 1. FC Köln verbracht hat, dort sowohl in der 1. als auch in der 2. Liga an die 300 Ligaspiele gemacht hat. Ich glaube, 200 ungefähr in der 1. Liga und 98 in der 2. Liga. Ist jetzt 31 Jahre alt geworden im Mai. Und ja, wie gesagt, da machst du nichts mit verkehrt. Da wird mir auch nicht Angst und Bange, wenn Patrick Drewes irgendwie jetzt doch schwächeln sollte und sich doch nicht als der sichere Rückhalt erweist, dann bin ich mir sicher, dass wir da mit Timo Horn einen guten Mann auf der Bank sitzen haben, wo dir nicht Angst und Bange werden muss. Selbiges gilt, sollte irgendwie Patrick Drewes sich auch mal nur kurzfristiger verletzen etc. Und du musst Timo Horn reinwerfen, wird mir halt auch nicht Angst und Bange bei. Das ist auf jeden Fall für mich, wie gesagt, eine solide Nummer. Klar, der Junge hat an sich eine wirklich blitzeblanko astreine Karriere bis dato hingelegt. In den letzten zweieinhalb Jahren ist die so etwas in Stocken geraten. Von dem Moment an eigentlich, ich glaube vor zweieinhalb Jahren ungefähr, als er bei den Kölnern im Tor durch Marvin Schwebe ersetzt worden ist oder er ihm vorgezogen wurde. Seitdem hat er nicht mehr so viele Spiele gemacht. Er hat jetzt auch zuletzt bei Salzburg kaum Einsätze gehabt. Und ja, wie gesagt, sicherlich ist die Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten, nachdem sie zuvor über Jahre hinweg eigentlich nur in eine Richtung immer gegangen ist. Er hat ja sogar für die Kölner ein paar Europa-Cup-Spiele gemacht. Aber wie gesagt, mir wird mit ihm nicht Angst und Bange. Er kommt hier ablösefrei, bleibe ich hier erstmal mindestens zwei Jahre. Zumindest das sind erstmal die Modalitäten, auf die man sich ja jetzt verständigt hat. Und ich denke, damit haben wir auf jeden Fall zumindest erst einmal zwei solide Torhüter. Nichtsdestotrotz, das habe ich ja jetzt auch so verstanden, es war ja im Vorfeld, ist ja irgendwie kommuniziert worden, es ist gegenwärtig Geld da für einen Torhüter und für einen Mobile Striker, für einen flexiblen Offensivspieler. Naja, in meinem Fall Jargon. So, und da würde ich jetzt sagen, also da sehe ich jetzt nicht, dass wir irgendwo den Torhüter schon geholt haben. Denn wie eingangs gesagt, Niklas Diele ist verliehen worden, ein Neuer ist gekommen worden, deswegen das irgendwo egalisiert sich für mich so ein bisschen jetzt. Ich glaube, weiterhin ist mindestens Geld für zwei Spieler da. Und ich bin gespannt, wer also jetzt hier demnächst mit dazu kommt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe zu Timo Horn eigentlich viel, viel mehr gar nicht zu sagen, als mich nochmal zu wiederholen, dass es für mich eine wirklich grundsolide Nummer ist, dass du damit eigentlich nicht viel verkehrt machen kannst. Wenn du dort auf der Bank einen Torhüter sitzen hast, der in den deutschen beiden Profiligen über die 300 Profispiele gemacht hat oder Ligaspiele gemacht hat und 31 Jahre alt ist. Das passt soweit. Und deswegen würde ich das an der Stelle auch relativ kurz halten wollen. Und wie eingangs hier schon ein bisschen mit dem Intro eingestiegen. Ja, geil, ich bin geil, auf geht's. Aber ja, es kann langsam wieder losgehen. Lasst uns mal überraschen, was in den kommenden Tagen und Wochen jetzt danach noch so folgt. Wie sind eure Meinungen zu Timo Horn? Wie seht ihr das? Schreibt es wie gewohnt unten. Und ja, damit will ich euch mal entlassen und es irgendwo auch dabei dann zu Timo Horn belassen. Also in diesem Sinne bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.